Wenn du mal bewusst durch die Stadt gehst oder bewusst mal in Cafés schaust, wie viele Erwachsene ständig am Handy sind und die Kinder mit ihnen sich unterhalten wollen oder Babys bzw. 3, 4, 5-Jährige, bekommst iPad vorgesetzt im Restaurant, einfach, dass sie stillgestellt werden. Also ich bin echt gespannt, wie stark in den nächsten Jahren Kinder schon frühzeitig anhand von krassen Selbstwertthemen, Depressionen, Burnout und anderen Dingen leiden. Ja, die Leute brauchen immer dieses schnelles, schnelles Belohnungsprogramm. Wo kann ich noch schneller Dopamin auftanken? Es macht mich irgendwie alles schlapp. Irgendwie bin ich ausgelaugt, müde. Irgendwie das ganze Social Media ist alles irgendwie mehr ernüchternd als alles andere. Solche Sätze hört man in letzter Zeit ziemlich, ziemlich, ziemlich oft. Und wir haben uns mal die Frage gestellt, warum eigentlich? Weil jeder sagt ja so, ich entspann mich, lieg zu Hause auf der Couch und scroll ein bisschen durch Social Media. Und mehr passiert ja dann auch nicht. Und genau das ist ein Riesenthema und wird, glaube ich, in den nächsten Jahren immer, immer mehr zu einem Präsenzthema werden. Digitaler Burnout. Hallo, lieber Mike. Sag nichts. Sitz hier und sag nichts. Ich habe dich ausreden lassen. Spannendes Thema. Ich glaube, über dieses Thema könnten wir gefühlt Stunden diskutieren, auch in der Tiefe. Weil wir selber uns auch schon mal mit diesem Thema sehr auseinandersetzen mussten. Damals in dem Training einfach mal auch runterschreiben, was denn überhaupt alles passiert, wenn man ständig sich in diesem Medium bewegt und wie schnell man auch die Realität vergisst und vor allem irgendwann nur noch in so einer Wunschwelt oder Traumwelt lebt. Und darüber hinaus gehen natürlich viele Freundschaften und viele, viele andere Dinge und vor allem auch das Selbstwertthema bei ganz vielen Menschen kaputt, was eigentlich sehr deprimierend ist. Das ist tatsächlich, weil du es gerade sagst, Selbstwertthema echt spannend. In Amerika habe ich eine Studie gelesen, dass brutal viele junge Mädels jetzt schon, also im jungen Alter schon irgendwie, ich sage jetzt mal, zwölf Jahre aufwärts, brutal an Depressionen und so weiter leiden, psychisch krank sind durch die Social Media, weil sie denken, sie müssen einem gewissen Statussymbole entsprechen und so weiter. Also es geht hier schon los. Wir ziehen ja quasi die Kids schon dahin und bei uns ist es ja im großen Stil nichts anderes. Also am Ende ist ja so eine Digitalisierung, hat ja auch zwei Seiten, Fluch und Segen so ein bisschen, auch für die Produktivität am Ende. Und es ist eigentlich schon krank, wenn man überlegt, dass es bei Kindern ist. Also dass es da schon anfängt jetzt heutzutage. Ich glaube, wir sind jetzt noch so die letzte Generation, die irgendwie ohne Handy großartig aufgewachsen ist. Bin ich auch sehr dankbar für irgendwie. Wir können es nur bei unseren Kids versuchen, anders dazu machen. Aber am Ende kannst du dich auch nicht raushalten, weil du kannst ja auch wieder nicht zu einer gewissen Art Außenseite erziehen, weil dann kannst du im Wald wohnen, hart gesprochen. Ist ja so, ist ja ehrlich. Das ist ja auch ein super schmaler Grade, auch für Eltern. Also ich, uns erwartet es ja irgendwann, aber für diejenigen, die jetzt vielleicht schon sind in dem Alter, ich glaube, es ist nicht easy, wenn man auch so mit anderen spricht und hört, ja, das Kind braucht ein iPad in der ersten Klasse, braucht ein Handy, braucht dies, braucht eine Smartwatch. Und dann denke ich mir so, wow, also ich hatte, ich habe ein iPad, das haben wir irgendwann mal gekauft, seitdem liegt es gefühlt nur rum. Ich nutze es gar nicht, ich gar keinen Bock drauf habe. Und das ist echt krass. Also ich finde es eher traurig, wie sich das auch so ein bisschen hinentwickelt hat. Und ich würde schon mir wünschen, das auch so lange wie möglich von den Kids irgendwie fernzuhalten. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wirklich möglich, oder? Also ich glaube, ich sehe das bei meinem kleinen Sohn gerade. Ich meine, der ist ja jetzt erst ein paar Monate alt. Aber mir ist es ganz wichtig, zum Beispiel auch zu Hause, was das Thema Fernsehen angeht oder wenn ich ab und zu mal was anschaue oder was angucke oder mit meiner Süßen, dass er einfach nicht bewusst in Fernsehen reinschaut, es gar nicht mitbekommt. Oder auch das Thema Laptop oder Handy. Ich versuche es weitestgehend einfach fernab von ihm zu halten. Nur aufs iPad zu reduzieren. Genau, nur aufs iPad, genau. Nur auf dem Flatscreen, auf dem Beamer. Weil ich einfach auch weiß, von Null an bis zum Alter von sechs Jahren, also sind die Babys ja sowas von hypnotisch und nehmen alles an, ungefiltert. Und wichtig ist einfach, oder ich glaube, anders eine große Herausforderung, was wir in Zukunft haben werden, wenn du mal bewusst durch die Stadt gehst oder bewusst mal in Cafés schaust, wie viele Erwachsene ständig am Handy sind und die Kinder mit ihnen sich unterhalten wollen oder Babys, beziehungsweise drei-, vier-, fünfjährige, bekommst iPad vorgesetzt im Restaurant, einfach, dass sie stillgestellt werden, dann ist es ja so, das ist ja eine Vollbeschalung fürs Hirn. Du machst Zombies. Ultra ungesund. Du machst Zombies draus, genau. Und ich finde es echt erschreckend, weil ich glaube, viele Eltern sind sich gar nicht der Konsequenz bewusst. Da gibt es so ein, zwei Sendungen auf YouTube, die wurden komplett in der Kritik auseinandergenommen. Ich weiß noch nicht mehr welche, ihr müsst es mal anfragen. Wen es interessiert, schreibt uns mal. Ich kann das nochmal fragen, welche das sind. Die machen Kinder, also haben sie wirklich Tests gemacht, die machen Kinder wie so zu Zombies. mit so ganz schrillen Geräuschen, Farbwechseln und so weiter. Also es ist ja auch psychologisch irgendwie, dass Kinder diese ganz schrillen Farben in diesem schnellen Wechseln nicht so gut wahrnehmen können, sondern das Hirn so ein bisschen durcheinander bringt. Jetzt ein bisschen oberflächlich ausgedrückt. Das ist wirklich krank. Und dann haben wir das so angeschaut und saßen da und haben beide gedacht so, what? Das hat 200 Millionen Aufrufe. Genau, das ist noch viel kranker. Das ist eins der besten oder den meisten Views in Amerika. Boah, ich bin wirklich erschrocken. Und dann haben wir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ehrlich. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es bewusst gemacht ist oder nicht, aber du machst wirklich die Kinder schon, ich glaube, du machst ADN, ihre Sinnesorgane machst du irgendwo kaputt, gerade zu sehen und so weiter, ist auch nicht gut, gerade am Display. Klar, das geht jetzt noch tiefer. Aber halt für das Hirn, für die Entwicklung, ist das, glaube ich, mit das Kontraproduktive, das zu was machen. Das kognitive Denken, glaube ich, hat viel damit zusammen. Auch das später mal das selbstständige Denken, weil wenn du vor so einem Fernseher sitzt oder wenn ein Baby oder ein Kleinkind so was wahrnimmt, Kinder sehen, sehen und tun ja nicht bewerten, sondern sehen, nehmen an, sehen, nehmen an, sehen, nehmen an und denken irgendwann, das ist die Realität. Das ist so. Die entwickeln auch gar keine eigene kreative Art mehr. Deswegen früher, ich kann nennen das noch, dieses, du sitzt hin, du malst irgendwas, obwohl ich kein Maler war, aber du bist im Sandkasten oder irgendwas oder bist auf dem Spielplatz, ich war lieber auf dem Spielplatz und hab da Vollgas gegeben und mit der Rutsche und was weiß ich was. Das ist ja, ich meine, du musst mit der Zeit gehen, das ist richtig, aber ich glaube, viele Punkte sind heute einfach sowas von bescheuert, wo ich mir echt denke, also ich bin echt gespannt, auch wie stark in den nächsten Jahren Kinder anhand, schon frühzeitig anhand von Selbstwert, krassen Selbstwertthemen, Depressionen, Burnout und anderen Dingen leiden, Minderwertigkeitskomplexen. Voll. Einfach schlimm. Also wirklich, ich finde es echt mittlerweile erschreckend. Das ist wirklich krass. Natürlich haben so diese ganzen digitalen Kommunikationsschulen auch positive Seiten. Absolut. man ist noch nie so einfach geworden, rund um die Uhr mit jemandem in Kontakt zu stehen oder auch irgendwo, egal wo du bist auf der Welt, dass du mit Menschen arbeiten oder arbeiten kannst, schon mal allein die Basis. Ich glaube, das war vor 40 Jahren noch nicht möglich oder es war komplett undenkbar. Aber das hat halt eben auch alles seine Schattenseiten und dadurch gibt es ja diesen digitalen Burnout und das ist, ich würde auch das auch vertriebtechnisch, ist es eher eine Sache, die mir persönlich echt Sorgen bereitet, weil du hast immer diesen ständigen Druck, erreichbar zu sein, immer abzuliefern, immer, du musst immer sofort eine Antwort geben und echt spannend, was wir auch jetzt echt in letzter Zeit ganz stark beobachtet haben bei Menschen, wenn du was willst, sind die oft über Tage nicht erreichbar. Na gut, das ist jetzt zu weiter Zeitraum, aber da kommt ewig kein Feedback. Aber sobald derjenige was will, du musst sofort erreichbar sein. Allgemein bei ganz vielen Menschen. Also bei Kunden teilweise, da denkst du dir echt, was wir auch echt mitbekommen, von am Anfang so, ja, alles cool und dann, und dann, wenn es irgendwie um Details geht, nicht mehr erreichbar, nicht mehr da, denkst du dir so. Und dann hörst du nie wieder was davon. Dann denkst du so, hä, was ist jetzt das Problem? Oder du wirst blockiert. Genau, oder du wirst dann blockiert. Das ist halt so, es gibt nur noch wenige und da sind wir echt dankbar, dass wir in unserem Netzwerk, bei allem, echt Menschen haben, die zuverlässig sind, mit denen man arbeiten kann, mit denen man auch sprechen kann. Egal, wo die sitzen auf der Welt, das ist halt auch super wichtig. Das ist schön, ja. Und das ist halt wirklich, das ist krass. Und das ist halt so ein Für und Wider. Es macht super, einfach jemanden schnell zu blockieren. Wiederum denke ich mir, aber früher hat man die Menschen ja noch viel schlechter erreicht. Aber da war irgendwie, glaube ich, dieser Handschlag noch besser. Es ist, schau mal, ich glaube, wir könnten so viele Branchen heute auseinandernehmen. Allein das Thema, was gibt es alles, Friendscout, Tinder, Bumble oder was es da alles gibt, diese Dating-Plattformen, das war auch schon ewig lang bei mir her. Ich war da auch mal angemeldet, muss ich gestehen. Du redest schon so, wie so ein Großvater. Das ist ewig her. Ich habe auch noch eine gute Erfolgsquote gehabt, muss ich sagen. Gut, du bist ja auch Vertriebler. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, das war auch so spannend, weil du einfach das siehst, also allein jetzt mal Tinder, interessant, nicht interessant, interessant, nicht interessant. Also du entscheidest ja, binnen Sekunden, binnen Sekunden, findest du einen Menschen interessant oder nicht. Natürlich ist am Anfang erst die Oberfläche, ganz klar. Immer. Aber an sich, ich glaube, es ist heute echt stark, diese Wegwerfgesellschaft oder Austauschgesellschaft. Weil du so schnell neue Möglichkeiten hast. Du kannst dir halt alles relativ schnell holen, egal ob du Alkohol willst, egal ob jemand was weiß ich was braucht, ob jemand Sex braucht oder sonst irgendwas. Du kriegst ja alles gefühlt an jeder Ecke. Das ist ein T***. Aber so schlimm ist es heutzutage, ich glaube nicht mehr. Das heißt, ich glaube, es ist so eine ständige Reizüberflugung, diesen Dopamin. Die Leute brauchen immer dieses schnelles, schnelles Belohnungsprogramm. Wo kann ich noch schneller Dopamin auftanken? Und sind halt von der Concentration nicht mehr dabei. Weil du hast ja das Thema, früher hatten wir ja noch einen Film angeschaut und ich glaube, die wenigsten können heute mal zwei Stunden sich hinsetzen und den Film anschauen. Das ist echt krass. Da habe ich auch vor ein paar Tagen was gelesen und dachte mir, hey, das kann ja nicht sein. Und es ist schon wahr, warum haben die Serien, warum sind denn Serien so beliebt? Ja, 30, 40 Minuten Aufmerksamkeitsspanne. Dann kannst du ja was anderes machen. Aber heute ins Kino zu gehen und vier Stunden einen Film anschauen, ist ja für viele komplett undenkbar, ohne dass sie einmal aufs Handy zu fahren. Die meisten Menschen haben ja Angst, etwas zu verpassen. Auch spannende Studie. Die meisten Menschen haben Angst, etwas zu verpassen. Schöne Wetter, oder? Es ist, nee, es ist wirklich krass. Deswegen sind wir ja ständig auch auf Social Media, TikTok, Instagram, dies, jenes. Aber du kannst ja, du kannst ja gar nicht alles wissen. Das geht gar nicht. Sondern du lebst ja in so einer schnelllebigen Zeit und das ist ja ein Irrglaube, aber es wird uns halt so suggeriert. Und deswegen, ich glaube, je bewusster du wirst, desto, nochmal, ich finde Social Media ist eine tolle Sache, um Dinge auch zu entdecken. Ich habe da auch schon viele Ansätze mitgenommen. Voll. Ich habe aber genauso auch schnell gemerkt, Social Media kann auch schnell völlig falsch interpretiert werden. Also ich habe das Thema auch neulich gehabt, habe auch zum Spaß wirklich einen Post gesetzt und es wurde komplett falsch interpretiert. Und ich meine, du siehst ja auch, wenn du so im Mittelpunkt stehst oder ich nenne es mal ganz krasse Stars wie Justin Bieber oder Co., wenn der halt um den Post sitzt oder Kim Kardashian, was das auslösen kann. Weil Mensch, das ist ja... Ich finde ja teilweise, ich weiß nicht, welcher Promi das war, der hat zu seinem Post, also du hast ja echt dann irgendwann eine krasse Verantwortung. War es das von Kardashian? Kann das jetzt sein? Ich weiß es nicht. Hat der von einem Unternehmen den Börsenwert beeinflusst? Cristiano Ronaldo. Stimmt, Ronaldo war das. Damals diese Coca-Cola-Werbung, oder? Ja, ich glaube, das war das. No Coca-Cola, I drink water oder sonst was, was er gesagt hat, oder? Ja, genau. Irgendwie sowas. Dann ist ja Coca-Cola-Aktie mal kurz komplett in den Keller gegangen. Die ist richtig abgerauscht. Das ist echt krass. Wenn du überlegst mal, was ein Mensch eigentlich für eine Macht mit seinem Social-Media-Tool hat, das ist krank. Gut, ich meine, weil 700 Millionen, was ist das? 670 Millionen Follows. Das ist natürlich auch echt krass. Gut, das ist wahrscheinlich einer der größten Influencer da draußen oder wenn ich dachte, der Fußball da ist. Ja. Das ist echt heftig. Ich glaube, eine Million pro Posting zahlst du als Werbepartner. Er ist der Größte von allen, glaube ich. Es gibt keinen, der mehr hat. Krass. Krass. Heftig. Ja, ist schon krass. Ob der glücklich ist? So ein Insider bei uns, wir fragen immer, egal zu wem, ob der glücklich ist. Ich glaube, Ronaldo ist schon ganz glücklich. Ich glaube, der hat auch seine Themen, aber ich glaube, der hat seine Einkommensteuererklärung schon gemacht. Jetzt dieses eine Wheel, da habe ich mal so gelesen, wenn du nicht glücklich bist, dann holt sich es irgendwie in einem Porsche einfacher als in einem anderen Auto. Ich glaube, bei Ronaldo ist es dieses, in einem Privatjet holt sich es einfacher als in der U-Bahn. Ja, der Arme, der tut mir echt leid. Oh Mann, wirklich. Dann ist er jetzt auch noch im Steuerparadies. Aber das ist was anderes. Also auf jeden Fall, diese ständige Erreichbarkeit, auf das wollten wir eigentlich zu sprechen kommen, ist halt im Vertrieb auch dieses Thema, dass du permanent auch, ich glaube, viele Chefs oder Führungskräfte auch den Druck nach unten geben. Du musst immer erreichbar sein, du musst schnell agieren, du musst schnell handeln, du musst schnell das, du musst das. Und es gibt halt irgendwann, glaube ich, keine klaren Grenzen mehr zwischen Arbeit und auch gewissener, ich will jetzt nicht sagen Freizeit, aber so eine Off-Time, wo du einfach sagen kannst, hey, du musst auch mal im Kopf wieder zum Entspannen kommen. Weil dadurch passiert was? Wir sind ja permanent auf Level und dadurch haben wir permanent Stress. Und was ist die Folge von Stress? Wir sind erschöpft, wir sind müde im Kopf, wir haben wie so ein Nebel, wie so ein Nebel im Kopf und können gar nicht mehr klar denken. Du hast auch gar keine kreativen Ansätze mehr. Da haben wir Fachbegriffe raus. Oh, Brain-Folk. Wir denken halt, wir haben schon mal auf das Ding drauf. Wir haben gar nicht studiert, Maik, aber die Leute denken wahrscheinlich was. Wir versuchen es halt mal ein bisschen anders zu machen. Und was halt auch, was du ja schön gesagt hast, diese Informationsüberflutung, du kriegst eine E-Mail rein, dann kriegst du hier einen Push von der App, dann ist hier ein Push von ImmoScal, weil du hier was hast, dann hast du hier, wieder ist die Börse rauf, dann hast du eine Nachricht, WhatsApp, hier und da, also dieses, wirklich diese permanenten, auch Push-Notifications, wenn die an sind, ist halt super, super schlecht für deinen Kopf, weil du klar trainierst du dich ja auch permanent so, da ist was, da ist was. Wir haben es zum Beispiel jetzt echt gemacht, dass wir es schon seit langem, seit, ich glaube, ein, zwei Jahren, länger schon, haben wir das aus, weil mich stört es, wenn da irgendwas kommt, weil dann oft ist in der Gruppe eine Nachricht und 500 schließende Nachricht hinterher, immer beschissen. Ich hasse das einfach und deswegen habe ich nur bei ganz wenigen Sachen Notifications an, ist auf jeden Fall schon mal viel besser als nichts. Und, was ich echt noch als Tipp geben kann, mach diese Bildschirm-Tracking-Zeit an. Weil, für mich hat mir jetzt als Ziel gesagt, jede Woche darf es nicht mehr werden, sondern entweder gleich oder es muss weniger werden. Das wertet es ja beim, also beim iPhone, bei anderen Handys, weiß ich nicht, so eine Auswertung letzte Woche, drei Prozent weniger am Handy und dann kriegst du die Aufgliederung, für was du am meisten Zeit verbracht hast. Und wenn man sich das mal runterbricht, auf die Stunden und dann auch mal ein Jahr runterrechnet, boah, das ist echt übel. Da wurde es mir bei ein oder anderen Sachen echt nicht schlecht, aber ich habe dann kurz gedacht, so, puh, nicht so geil. Es ist ja auch schön, wenn du mit jemandem sprichst, dass du einfach mal das Handy bei dir in die Tasche rein tust oder in die Hosentasche oder sonst irgendwas, weil das die volle Aufmerksamkeit beim Gegenüber ist. Beobachte mal im Restaurant, wie viele Leute immer ständig aufs Handy schauen und es blinkt. Genauso Leute, da blinkt ständig das Handy und die gucken immer gleich drauf oder ständig, ja, ständig, genau, ständig. Ständig das Handy. Handy vibriert und sie gucken immer ständig drauf. Das heißt, die Frage ist ja, steuerst du dein Handy oder steuert dein Handy dich? Und meine meisten, die sind einfach komplett fremdgesteuert. Ja und? Ich mache mir aber einen Spaß draus mittlerweile, weil ich mir einfach denke, Mensch, dieser Mensch weiß es nicht besser, was echt schade ist und eigentlich tut es mir echt leid für den Menschen, weil ich mir denke, hey, guck mal, du vergoldest so viel kostbare Lebenszeit. Ich merke das zum Beispiel eins noch, ich bin die Tage mit meinem kleinen Sohn eine Runde spazieren gegangen und wie viele Eindrücke so ein Kleinkind wahrnimmt, das ist was echt Schönes und wir machen das und es ist wirklich super, super schön, einfach mal in dem Moment den Moment immer zu genießen und wir sind ja immer ständig in diesem Hetzen noch schneller, diesen Krampf, diesen Kampf, den wir immer führen, um noch schneller ein Ziel zu erreichen, aber wie viele Menschen leben denn wirklich mal den Moment, wie viele Menschen können den Moment genießen, das ist echt traurig. Grüße gehen raus an Lou, der Lou hat mir erzählt, der war auch schon Podcast von uns, echt witzig, er erzählt, vorher, jeder hatte so eine, also für diejenigen, die spazieren gehen, ich weiß, das ist mittlerweile auch Fallout, der hat so eine Runde, die geht so eine halbe Stunde, wenn er so spazieren geht, bei euch, denke ich hin, dann hat er gesagt so, ja, als er mit seinem Sohn dann das erste Mal so richtig spazieren gegangen ist, hat die Runde halt einfach eineinhalb Stunden gedauert, weil er halt so gefühlt bei jedem dritten Gras halb stehen geblieben ist und dann so, boah, ein Käfer, also richtig begeistert wieder voll schön mal wieder auf die kleinen wichtigen Dinge zu konzentrieren, wie so ein Kind sich begeistern kann an so Kleinigkeiten, das ist so, so schön einfach und es geht halt dadurch auch voll verloren, weil du brauchst ja ständig noch krasser, noch schöner, es muss noch heftiger werden und das ist ja richtig, richtig traurig und was dadurch passiert, meines Erachtens, du hast eine komplett unrealistische Erwartungshaltung an allem, weil es kann ja nicht immer alles noch krasser, noch besser, noch höher, noch schneller werden, das geht nach hinten los und genauso ist es ja auch in der Kommunikation, durch das, dass wir immer erreichbar sein müssen und immer erreichbar sind, haben wir ein Problem, dass wir auch so ein unrealistischer Erwartungshaltung gegenüber haben, ich schreibe, ich will sofort eine Antwort, wir haben es auch immer wieder bei Kunden und die müssen wir leider ein Stück weiter ziehen, die schreiben uns in der WhatsApp-Gruppe und da haben wir das Gefühl, die Erwartung, sie brauchen sofort eine Antwort, aber wir sind ja von niemandem der Sklave und auch du bist von niemandem der Sklave, der sofort antworten muss, natürlich gibt es Zeiträume, die sind gut und dann gibt es Zeiträume, die sind nicht schlecht, also wenn du eine Woche liegen lässt und gar nicht antwortest, ist auch immer scheiße, aber ich glaube, wenn du mal, zumindestens mal, selbst wenn es am nächsten Tag ist oder du schreibst kurz eine Nachricht rein, nach ein paar Stunden, hey, pass auf, ich antworte dir dann und dann, dann muss das okay sein, ansonsten ruf an, wenn es wirklich so dringend ist und es brennt bei dir gerade, ruf an und das haben die Leute auch verlernt, immer wieder zum Hörer zu greifen, natürlich gibt es ein paar Sachen wichtig, dass die schriftlich sind, aber ruf doch einfach mal an, ruf einfach mal an, dann wirst du auch sofort eine Antwort haben und wenn derjenige nicht hingeht, dann weißt du, okay, dann hat er vermutlich wahrscheinlich gerade keine Zeit oder keinen Bock hinzugehen, dann würde er dir aber auch nicht schreiben, bin ich dabei und das muss einfach sich, glaube ich, wieder auch ändern, auch dieser ständige Druck, du musst sofort dein Ziel erreichen, du musst das sofort, du musst sofort antworten, das muss sich ändern, ich bin, ich mag das nicht, aber auch letztes Mal, du musst nur sterben, alles andere, ja genau, und Steuern zahlen, das müssen wir auch, das müssen wir auch leider, letztes Mal auch wieder, der war doch so ein Kunde, hat eine E-Mail geschrieben an die Firma, an die Haupt-E-Mail-Adresse, ruft fünf Minuten später an, ob die E-Mail eingegangen ist und wann er denn seine Antwort bekommt, dann hat meine, hat die Assistentin auch gesagt, also es gibt ja sowas wie eine Bearbeitungszeit, da muss man vielleicht Sachen abklären und so weiter, das ist echt krass, wie ungeduldig manche Menschen sind, das ist wirklich voll traurig eigentlich, aber wir müssen auch ein paar positive Seiten machen oder aufdecken, weil wir können jetzt nicht so schlecht reden, sonst sind wir wie so alte Rantel-Opas, so Digitalisierung ist scheiße, nein, es steigert natürlich auch die Effizienz, es gibt Tools, wo glaube ich auch in Deutschland, gerade unser deutscher Staat, dieses ganze, wir verwalten uns ja zu Tode gefühlt, da sitzen einfach viele Beamte drin, die auch nichts in die Rentenkasse einzeln, und ein Riesenthema ist und meinen, sie müssen alles komplett tot verwalten, nee, es gibt glaube ich so viele Sachen, die man schneller machen könnte, da haben wir ein Beispiel aus Dubai mal gehört, dass dieser König sich alle Prozesse angeschaut hat, ich sage, innerhalb von einem Jahr müssen die noch effizienter sein, das würde ich mir echt mal für Deutschland wünschen, dass du kannst Routineaufgaben kannst du automatisieren, und du kannst viel mehr wirklich, ja, Kundenbeziehungen, du kannst so viel automatisieren und so viel effizienter machen, was gut ist, was wirklich gut ist und dadurch sind glaube ich die Menschen auch ein bisschen getrieben besser zu werden in ihrem Tun, weil du kannst glaube ich heute nicht mehr erwarten, du bist 40 Jahre in einem Job, legst Akten von links nach rechts und rechts nach links und das war es so, ich glaube die Zeiten sind vorbei, das gibt es nicht mehr, vielleicht gibt es es noch irgendwo, ich weiß es zumindest nicht, zumindest auch nichts, was irgendwie mit Vertrieb touchable ist, ist einfach nicht mehr da. Schwer. Dann natürlich auch klar, was auch viel besser ist, du kannst viel geilere Trackings fahren, du kannst viel geilere Datenanalysen fahren, das war damals nicht so, also glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass in meinen Zeiten vor Computer hat man das irgendwie halbwegs selber ausgerechnet und so weiter ging schon, aber das war glaube ich alles nie so verlässlich in der Tiefe, wie es du heute machen kannst, allein durch Excel ist ja schon super viel möglich und dann hat sich das ja auch weiterentwickelt in den letzten fünf Jahren, glaube ich, gab es den heftigsten Sprung, was das angeht, mit CRMs und so weiter und da kannst du einfach super viel coolen Shit machen. wo du auch einfach nochmal besser werden kannst und das dann auch wieder zu automatisieren, auch wichtig, also nicht nur wieder zu konsumieren, sondern auch automatisieren und Prozess daraus zu machen und was halt cool ist, ich glaube der größte Benefit ist diese Remote-Arbeit. Du brauchst gar nicht mehr diese großen Büros, das war ja auch ein Punkt, warum wir uns ja auch verkleinert haben von der reinen Bürofläche, weil einfach alles viel flexibler geworden ist. Wir sehen uns jetzt, ein Mitarbeiter, Max, ist jetzt irgendwie dann vier Wochen, nicht im Urlaub, aber erst eine Woche im Urlaub und drei Wochen reist er, was ist ja glaube ich, Italien oder so? Genau. Ich glaube Italien und arbeitet von Italien aus und haben wie gesagt, okay komm, wir probieren das jetzt einfach mal und am Ende ist ja auch wieder schön, wenn du viel automatisiert hast und gute Datenanalysen fahren kannst, gute Trackings hast, dann arbeitet derjenige auch, dann ist der auch effizient, weil dadurch wird auch alles viel schneller aufgedeckt. Also ich kriege es halt leider auch noch mit von größerem Bekanntenkreis, dass Freunde remote arbeiten bei großen Unternehmen, Konzernen und die sind halt einfach faul. Also da passiert halt nicht so viel, die arbeiten nur ein paar Stunden am Tag, wenn überhaupt und quasi in den vollen Gehalt, klar in so einem Unternehmen, so einem großen, geht das eher unter, das hast du natürlich jetzt so nicht glaube ich zumindest. Hast du noch einen Punkt dazu? Du hast das Wichtigste von dir gegeben, sehr schön, wirklich. Ja, aber das ist ein großer Punkt, der gegenspricht und ich glaube, das muss man eher als Chance sehen und jetzt nicht nur sagen, oh, das ist alles scheiße, sondern dieses Stresslevel. Ich glaube, dieses Stresslevel ist auch jeder in der Eigenverantwortung, mal zu schauen, hey, muss ich denn immer online sein? Muss ich immer sofort antworten? Keine Ahnung, dadurch kommen ja viel mehr Sachen, wie ich bin viel reizbarer, ich habe vielleicht so eine chronische Erschöpfung, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich ausgelaugt, wir haben das auch schon alles durch. Und dann ist halt die Frage, will ich das überhaupt? Und dann ist ja am Ende des Tages jeder seines eigenes Glückgeschmied, heißt er so schön, zu sagen, hey, ich will was verändern, ich will was anders machen. Und da kann sich jeder einfach nur selber an die Nase fassen, schaltet er den Push-Nachrichten aus, macht er vielleicht irgendwie so Social-Media-Zeit, dass du sagst, nur eine Stunde am Tag. Es ist ja alles möglich und dadurch, glaube ich, geht es ja irgendwann schon viel, viel besser. Ja. Glaube ich so. Ich glaube, es ist einfach nur reine Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Klar kommunizieren auch, ich mache es mittlerweile auch so, dass ich sage, Sprachmemo ist über eine Minute in WhatsApp, werden nicht beantwortet, weil das ist für mich einfach, das ist für mich, ja, ab drei Minuten ist für mich ein Podcast. Stimmt, ab drei Minuten war es. Aber es ist ganz fürchterlich, wenn Leute nicht in einer Minute ihre Kernbotschaft ausdrücken können. Weil in den meisten Fällen, da gibt es auch Studien drüben, das ist echt spannend, dass in einer dreiminütigen Sprachmemo zwei Minuten 40 einfach nur um einen heißen Brei gelabert wird. Bring es noch kurz und bringe einander auf den Punkt und wenn du dann eine Dringlichkeit hast, ruf an. Und jetzt haben wir das Krasseste eigentlich dabei, was auch eine Riesenchance darum ist, die Leute oder die Menschen verlernen zu kommunizieren. Das ist wirklich krass. Wusste ich gar nicht. Echt? Krass, Mike, warum wusstest du? Hörst du nicht unseren Podcast? Nee. Hä? Folgst du noch nicht dem und dem? Wie, du kennst noch nicht das und das? Oh Gott, ich hasse dieses. Oh Gott. Egal. Zu viel konsumiert. Kommunikation, die Menschen verlernen zu kommunizieren, das ist wirklich traurig. Das ist auch immer wieder aus den Anfragen bekommen, zu sagen, hey, können die mir beibringen, wie ich Menschen anspreche? Ich traue mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe nicht so richtige Wörter. Weil jeder kann ja, früher hat man sich ja angestupst auf Facebook. Und mittlerweile ist es ja wirklich, die Menschen können sich irgendwie halbwegs an, wie nennt man das, nicht anstupsen, aber anschreiben, mit plumpen Nachrichten, aber wirklich kommunizieren, fällt vielen schwer. Auch mal wirklich ein langes, tiefgründiges Gespräch zu führen, ist krass. Das können die wenigsten Menschen da draußen. Das ist fast nicht mehr möglich, ein langes, tiefgründiges Gespräch zu führen. Also wirklich traurig. Also hier, macht bitte was. Auch für Unternehmen, haben wir jetzt noch ein, zwei Lösungsansätze natürlich vorbereitet, ist auch wichtig, klare Kommunikationsrichtlinien. Also wirklich, macht wirklich klare Grenzen für Erreichbarkeit und so weiter, auch eurem Team, ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch zu sagen, hey, pass auf, es gibt nicht nur das, sondern es gibt auch das andere. Wie Schatten und Licht, gibt beides. Dann wie so eine, ich hasse es, Work-Life-Balance, bin ich gar kein Fan von, aber es muss eine Life-Balance sein, weil dein Job ist ja auch ein Teil von deinem Leben. Also müsst ihr euch selbst so eine Kultur schaffen, wie ihr so alles unter den Hut bringt. Wir haben ja auch immer noch Sachen wie Matten zum Dehnen, du kannst rausgehen, du kannst bei uns die Dachterrasse nutzen, unten den Garten und so weiter. Du kannst davon auch arbeiten, das ist alles in einem positiven Umfeld. Du musst nicht stur und am Schreibtisch sitzen. Also auch hier lockert das Ganze so ein bisschen auf. Und am Ende musst du auch so ein digitales, digitale Kompetenz ja aufbauen, glaube ich, für deine Mitarbeiter, weil mit Tools und so weiter kannst du auch viel nochmal vereinfachen. Und ich glaube einfach auch immer zu schauen, wo kann man was verbessern. Das ist am Ende des Tages so ein bisschen das Gold. Mike, jetzt hau nochmal einen Satz zum Ende raus. Ich möchte nicht das einfach so stehen lassen. Keiner Satz für Umsatz. Oder wie sagt man es so schön? Jetzt machst du mir aber echt Druck. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, achtsamer durchs Leben zu gehen. Natürlich die sozialen Medien für sich gewinnen zu nutzen, offen zu sein für neue Ansätze, aber sich regelmäßig immer wieder selbst zu reflektieren. Das mache ich auch. Und einfach mal, was du auch gesagt hast, die Bildschirmzeit wirklich zu beobachten, weil ansonsten verlierst du dich. Und dieses Verlieren, das ist einfach scheiße. War das unser letztes Wort? In diesem Sinne, haut mal gerne noch ein paar Tipps raus. Und wir versuchen uns jetzt immer noch einen Ticken kürzer zu halten, weil das war ja auch der Wunsch von ganz vielen, die uns geschrieben haben. Danke übrigens dafür. Nicht mehr so lange folgen, vielleicht einen Ticken kürzer. Wir versuchen so ein Mittelmaß zu finden. Viele Grüße, bis nächste Woche und wir hören uns. Ciao.